Hallo und herzlich willkommen zu Call of Duty Advanced Warfare zum Multiplayer-Modus mit mir, den Dominik. Und, ähm, ja, ich habe gerade schon den Singleplayer gespielt und ich war echt, äh, echt geschockt, beziehungsweise, ne, überrascht, dass das Spiel mich doch so, ähm, ja, positiv, äh, überrascht hat. So, sagen wir es mal so. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es formulieren soll. Und, ähm, während ich jetzt gerade die Folgen rendere, dachte ich mir, ich kann jetzt eine Runde, äh, den Multiplayer spielen. So sieht momentan mein, äh, Typie aus und, ähm, ich habe schon die neuen Sachen ausgerüstet, weil ich habe ja die Day Zero Edition, äh, gekauft. Und, äh, dadurch bekommt man diese Armbrust, die erst bei Stufe 48 vorgeschaltet wird. Die AK-12, ähm, ja, G, heißt bestimmt Gold, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das so ist, weil sie auch so goldig aussieht. Und eben halt das, äh, Advanced Arsenal Exo, das kriegt man, glaube ich, als Vorbesteller, genauso wie die EM1 Quantum. Das ist ein, äh, Stumgewehr, äh, nicht Stumgewehr, sondern MG, glaube ich. Und, ähm, ja, so sieht der Klasseneditor aus. Ich kann das jetzt hier mal kurz zum Beispiel zeigen. Du hast hier eben ganz normal die Aufsätze, Rohpunktvisier bis zur Magazinerweiterung und so weiter und so weiter. Ähm, ja, hier so Extras wie zum Beispiel Leichtgewicht, Kugelsichereweste und so weiter und so weiter. Blinde Überwachung, ja, kennt man eigentlich aus den verschiedensten Call of Duties, außer eben halt diese Exo-Fähigkeit. Das ist eben halt, ja, dieses, dieser Jetpack, den man dort aufhat und natürlich hier Granaten und da meine liebe, äh, Semtex. Und, ja, ich würde mal sagen, wir spielen jetzt erstmal eine Runde Team Deathmatch, um reinzukommen. Und, ja, ho, und wir werden gleich irgendwo reingepackt Instinct, ne, Instinct, Instinct, ach wie auch immer. Ähm, ja, die Folge wird wahrscheinlich nicht lange dauern, vielleicht acht Minuten, neun Minuten, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie lange die, äh, Runde dauert. Ähm, das wird jetzt erstmal nur eine kurze Folge sein und die nächsten Folgen werden dann etwas länger. Dann spiele ich zum Beispiel zwei Runden oder drei Runden, wie nachdem. Ähm, ja, aber die ersten zwei Folgen werden erstmal ein bisschen kürzer sein. Ich habe jetzt hier ein Standbild. Ich glaube, das liegt daran, dass ich renne da. Das ist nicht gerade so... Ah, so. Ne, jetzt hat er sich aufgewärmt. Ah ja, so. Ah, die sieht genauso aus wie die AK-12, äh. So. Die Grafik sieht aber nicht schön aus. Ich glaube, ich muss die nochmal ein bisschen erhöhen. Ähm. Boah. Ist die Runde gleich schon vorbei, oder wie? Ne. Obala. Aber ich muss mich erstmal hier ein bisschen dran gewöhnen. Ah, das habe ich, das habe ich aus dem Trailer gesehen hier. Boah, das ruckelt bei mir auch echt. Drehen ist ein bisschen gerade, das ist... Ist natürlich ein bisschen nervig. Aua. Ja, das war schlecht geschossen von dir, mein Freund. Ah, schade, ey. Aber das ist nicht so... Ich finde, das ist nicht so schnell wie, äh... Ghost. Hier hast du noch... Also, es sah immer in den Trailern auch so schnell aus. Aber es ist gar nicht so schnell hier. Unsere Drohne ist online. So, hier ein Schildergranate. So. Oh, ich bin voll in der Fahrt. Ich habe jetzt ein Kogemi und ich hoffe, das hört man nicht. Das tut mir jetzt schon mal leid. Oh, Aufstieg. So. Hm, wo ist der? Ah, cool. Boah, Alter, das Spiel macht mir echt fun. Fernkämpfer. Boah, was kriege ich denn jetzt hier gerade für... Boah. Alter, das Spiel macht echt Spaß. Aber ich muss sagen, also die erste Map... Gefällt mir sehr gut. Ist zwar sehr offen für... Oh, das war... Ja. Aber Aufstieg schon wieder, Rang 3. Äh, ja. Gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut. So, das war... Ah, da habe ich mich ein bisschen, äh, rausgebracht. Boah, es ist gerade ein bisschen laut. Tut mir leid, dass ich jetzt hier schon wieder auf Pause drücke. So, jetzt geht's weiter. Achso. Kann man nicht hier rüber springen? Ja, aber man kann keine Granate werfen darüber. Boah. Ah, da oben. Ah, schade. Kein Problem, kein Problem. Man muss sich erstmal ein bisschen einficken hier in die neue Karte. Neue Ecken entdecken. Ah. Oh, Volltreffer. Jawohl. So gehört sich das doch hier. Oh Gott, ich dachte gerade schon. Oh, gleich zwei und drei. Ja, verdammt, ey. Ah, da war ich aber jetzt. Ah, Splittergranate. Boah, da habe ich aber noch Glück gehabt, ey. Halleluja. So, der nächste weg. Ah, gefällt mir aber... Lol. Ach. Boah. Jawohl, ey. Wo kommt man nach? Mit... Achso, kann man bestimmt jetzt gerade nicht. Boah, das macht mir echt Spaß. Oh, guck mal, so schlecht sind wir gar nicht. Man kann es weg. Ha. Ja. Dann würde ich sagen... Ja, äh... Schreiben wir auch mal GG. Wir sind aber mal fair. Ähm, ja. Kleiner kurzer Einblick. In den Multiplayer. Oh, hier hat man jetzt auch wieder so etwas. Boah, ist das laut. Naja, es ist nicht laut. Es ist etwas lauter. Ja, sie wurden befördert. Exostim. Und nochmal wurden sie befördert. Aber was ich cool finde, man kann jetzt... Oh, das ist ARX 160 Sturmgewehr. Und nochmal befördert. Oh. Oh. Oh Gott. Das ist jetzt aber viel. Ja. So, Medaillen. Dann gibt es auch noch hier Herausforderungen. Oh, cool. Dann würde ich sagen, das war der erste Einblick zum Multiplayer von Call of Duty Advanced Warfare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wie gesagt, die nächsten Folgen werden länger. Ja, tschüss und auf Wiedersehen.